recht herzlich willkommen zur sechzehnten folge von planet nomads es ist die version 0.6.9 und ja es läuft und ja schauen wir mal hier rum wir haben wir jetzt hier noch so ein paar sachen die wir ändern müssen hier gucken und zwar filter der strom und hier fehlt der sprit für diesen biomassen generator haben wir hier noch welches aber nicht dann können wir da irgendwas besorgen nur loslaufen wo finden wir was da unten im busch da unten tief ja und schon mal leicht runter ein bisschen herum da ist der busch gut brauchen wir den ab wir haben keinen platz na super das hat gut geklappt ich das ding hier ja da ist es zweimal dann müssen wir noch mal rum und müssen noch mal das paket leer machen oder keine ahnung rucksack leer machen da sind wir und dann das ist das auch kann man zusammen stecken eisen noch mehr eisen noch mehr karbon ok was kann man weg tun die platten können wir hier lassen und das sind rahmen naja die man auch hier den rest und das glas könnte aber da ist kein platz mehr was ist das ach so das ist der biogenerator ok es ist irgendwie verbunden die beiden sachen gut jetzt mal platz dann gehen wir wieder rum und dann sammeln war das auch was da auf der erde liegt da ist es immer mal und dann lass uns mal gucken was ist das können wir das auch abbauen geht kaputt aber jetzt weg aber doch gibt was ok lass uns noch das nehmen was gegeben kleine baum fällen wir den batterie war leer normal du hast ja umgefallen sollen dann zerkleinern wir den noch krone ist weg klein gehabt noch mal wieder leer mal sieben teile glaubt gekriegt unter fünf weg ist er gut ok das war es gehen wir zurück zum mal energie für den generator biomasse das ist ja auch so dass der container von da ist auch nichts drin ok da ging das save game damals nicht aber der container für gemacht so was machen wir jetzt da können wir hier unten auch einpacken dann da geht und läuft ok ist jetzt hier drinnen drei stunden 34 minuten läuft jetzt und 190 watt von 250 möglichen wohl würde ich jetzt mal sagen 50 ja ja sieht so aus jetzt geht es hier weiter oder frisches wasser geht so dass aber wir haben alles keine sachen hier naja wie wasser auch noch trockene früchte trockenes fleisch und keine ahnung das heißt wir brauchen dreckiges wasser und kräuter haben wir die hier drin ich glaube ja oder das ne geht nicht weiter das wird nur umgeswitcht dann ok aber kräuter sind nicht da das dreckige wasser haben wir gut dann kriegen wir kein frisches wasser erst können wir das hier teilen irgendwie geht es jetzt nicht oder shift hast du steuerungstaste ne will er nicht keine ahnung wie das geht andere tasten genau nicht da jetzt die hälfte von hätte ich gerne geht aber irgendwie nicht keine ahnung könnte ich es auflösen da kann ich es wegschmeißen da unten steht jetzt auch nicht wirklich was was wir machen können geht irgendwie nicht keine ahnung wie es geht ist auch nicht doppelklick ja keine ahnung nehmen wir das erste raus verlassen dann gehen wir da rein packen das da rein kommt hier oben rein so da ja jetzt ist das drin und jetzt können wir das produzieren vier stück davon machen wir mal können wir das zurücknehmen da muss erst was rausgearbeitet werden also abgearbeitet ja 34 passt vier stück weniger müssen wir warten läuft jetzt sind es nur 30 vier weniger wieder einer ist danach noch gut dann können wir die wieder rüber tun und einen brauchen wir noch ne oder ne ne der läuft ja so die nehmen wir mit die nehmen wir mit raus da und da rein und wieder das da reingelegt haben wir da strom jetzt haben wir was zu essen erstmal ok wir sind durstig dann trinken wir einmal wasser essen können wir auch machen wir zweimal oder gerade abklicken lassen so gut das haben wir dann nehmen wir da ne das ist der container ist vollkommen nix lassen ja wir brauchen ein bisschen was können jetzt was bauen was brauchen wir da brauchen wir zwei platten und zwei gläser ähnlich haben wir da noch was einmal glas haben wir und können wir gerade hier noch reingucken ob da noch was drin ist oder da oben eine glaskomponente ok gut und der anderen der hier draußen der kleine hat nichts drin ok gut haben wir hier noch was ne und haben wir noch platten oder ja die nehmen wir auch noch raus und jetzt müssten wir einmal was auf jeden fall bauen können ne ja geht fertig da brauchen wir jetzt noch glaskomponenten zwei so so Greenhouse können wir da mal reingucken ach doch da sind noch mal früchte und äh Kräuter wir können nichts machen ne ne dann könnten wir das nehmen aber ich glaube wir nehmen nur die da können wir wasseraus machen ne dafür müssen wir aber das schmutzige wasser nehmen haben wir und gehen dann da rein früchte wasser können wir dann machen indem wir das dreckige da rein tun und die Kräuter so einmal geht einmal machen das risswasser können wir wieder zurücknehmen können wir hier einladen und geht erstmal das wasser können wir nochmal rausnehmen da und dann war es das oder jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir Glas also was können wir machen nicht dass nix nix nicht 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 aber wir müssen auch die sachen reinlegen damit wir das sehen können so sieht es aus so das würde gehen das nicht da warum silikon also die ziel geht nicht geht nicht geht nicht dann müssen wir mehr silikon besorgen also die ziel kriegen wir das herunter gehen so tief aus hier ist was ist das richtige haben wir hier rüber da ist was brauchen wir ab gibt es da was kohlenstoff und eisen gibt es da so weit weg steve also kohlenstoff und links ist da so silikon silizium noch einer stürzt aber nicht eingetaucht drauf und dann geht das oder das bauter nix ab gerade komisch batterie leer jetzt gerade nichts nehmen keine ahnung warum es nicht geht wird eigentlich angezeigt dass man da was abbauen kann oder jetzt geht es wieder komisch und es gibt immer dasselbe kohlenstoff und eisen jetzt noch müde ganz viel eisen haben wir und kohlenstoff auch ne den weg machen da fälls jetzt da auch jetzt kaputt dann muss man es ausruhen und ja das machen wir während der pause ich sag bis dann tschüss